Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Du musst es wieder zu den Seinen bringen. Wohin? Das musst du ergründen. Die Lieder vergangener Äonen erzählen von Schlachten zwischen Mandalore dem Großen und einem Orden von Zauberern, genannt Jedi. Du erwartest, dass ich die Galaxis absuche und dieses Geschöpft an einem Volk von feindlichen Zauberern übergebe? Das ist der Weg. Du weißt, das ist kein Ort für ein Kind. Wo ich hingehe, geht er auch hin. Hab ich schon gehört. Das ist der Weg. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.